Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Mischa Meier verrät, wie viel man bei Love Island verdient. Lohnt sich Love Island nicht nur in Sachen Partnerschaft, sondern auch finanziell? Im Jahr 2019 zog Mischa Meier, 30, auf die Liebesinsel. Dort glaubte er zwar kurzzeitig, in Rekada Ratz seine Traumfrau gefunden zu haben, aber ein Skandal bereitete dem Liebesglück ein jähes Ende. Ein anderer Mann hatte außerhalb der Villa bereits auf die Beauty gewartet. Doch wurde Mischa für seine Show-Teilnahme wenigstens gut bezahlt? Im Netz verriet er, wie viel Gage er für Love Island bekam. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erkundigte sich ein Follower nach der finanziellen Entschädigung bei Love Island. Daraufhin plauderte Mischa aus, es gab nur eine Aufwandsentschädigung, die meine monatlichen Fixkosten wie Miete und Gehalt gedeckt hat. Nicht mehr. Für den gelernten Industriekaufmann sprang bei der Kuppelshow also weder die große Liebe noch ein ordentliches Sümmchen raus. Ganz anders lief es bei den Gewinnern der vergangenen Love Island-Staffel. Nico und Jennifer, 23, gewannen nicht nur das Preisgeld von 100.000 Euro, sondern schweben auch immer noch auf Wolke 7. Den Gewinn wollen die beiden großteils in die Musikkarriere der Latina stecken.